Was ist jetzt wichtig? Was tut jetzt gut? Solche Fragen habe ich des Öfteren gestellt bekommen in den letzten Wochen, in Podcasts, in Interviews. Und genau diese Fragen habe ich mir auch selbst gestellt, als dieser ganze Wahnsinn losgegangen ist. So in den ersten beiden Wochen, das war schon ein Auf und Ab. Da ging es nicht immer leicht von der Hand, der neue Alltag. Und ja, da habe ich mich hingesetzt, mich sortiert und begonnen zu schreiben. Und herausgekommen ist ein hoffentlich für viele Menschen brauchbares Paket an Inspiration. Da ist es. Kraft und Inspiration für diese Zeiten. Ab sofort im Buchhandel. Natürlich auch in den Tiroler Buchhandlungen. Ich verbinde goldene Erinnerungen mit den Tiroler Buchhandlungen. Ich war ja fast acht Jahre in Tirol und oft bei euch im Haus. Ja, Bücher sind wunderbare Partner, Weggefährten. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Buch greift, dann ist es natürlich auch Seelennahrung. In diesem Sinne, vielleicht ist was dabei für dich. Würde mich freuen. Und jedenfalls wünsche ich alles Gute. Gesund bleiben in diesen Wochen, Monaten, die da kommen. Einen guten Frühling, einen frohen Sommer und Servus. Ciao.